Das ist kein Arm mehr, ne? Und kein Kopf. I hope you like it. Weil hier drin ist halt richtig, richtig dunst. Also düster einfach. Erstmal eine Tür aufgemacht. Ich glaube hier sind wir hergekommen, oder? Bin so confused gerade. Sind wir hier hergekommen? Hä? Confused. Die Säge. Ach hier war das Ding. Okay warte mal, was mit A? Dreimal A. Lara. William. Sean. Es gibt halt niemanden, der... Dreimal A. Hier war doch irgendwo die Notiz hier. Ganz links gesperrt. 3A, dein Handabdruck. Wie soll man das denn interpretieren? Gute Nacht Pizza. Hm. Hm. Die waren diese komischen Arten. Das war auch klar, dass da noch einer kommt. Ach, 2 gleich. Wie ist halt der Bies. 3 gleich! What the fuck? Oh mein Gott. Come on. The charge attack? Are you for fucking real? What the fuck? Stirb halt. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Meine ganze Mund ist so heftig gecastet jetzt. Das war richtig zu bellen. Oh, oh, oh. Kann ich hier nicht den Kopf runterschneiden? Wieso hält der gerade so viel aus? Jesus Christ, das Game macht mich so fertig. Die Flinte bekommen ist unsere aktuelle Aufgabe. God damn you. Was ist das dunkel hier? Passt nicht zu diesem Schloss. Okay, lol. Hast du denn eigentlich schon alles gesehen, Schaf? Also bist du sozusagen in der Lage, mir gegebenenfalls weiter zu helfen? Also weil, ich meine, es sind jetzt eh nicht mehr viele da, aber generell mal gefragt. Jetzt sind wir wieder bei diesen Dudes. Da weiß ich halt irgendwie gar nicht, was ich machen soll. Äh, wo war denn die Karte nochmal? Ich glaube, hier ging es noch weiter. Da geht es auf jeden Fall hoch. Ich frage mich, woher wir da rauskommen. Wo ist das denn? Ah, es ist in dem Sinn. Wir haben die Sinnführung direkt. Ich habe halt gar nicht genügend. Das Rätsel mit den 3 A's war dann auch nicht. Okay. Aber die Frage ist, wo sind wir denn hier? Da ist doch eine Skorpion-Tür. Ist das ein Schlüssel, den ich mehrmals benutzen kann? Da ist das ein Schlüssel, den ich mehrmals benutzen kann? Oh, ihr Königchen, die soll ich doch benutzen. Yes. Oh, Flinten-Munition. Are you for fucking real? Oh, I need fucking Piss-Slammer. Ich verwähle jetzt mal den Schlüssel aus hier. Ah, sehr gut. Das heißt, die Tür ist jetzt schon mal offen. Okay. Ja, dann. Ist natürlich alles so ein bisschen... Ist schon ziemlich creepy. Muss ich stehen. Ist jetzt hier hinten? Ist das... Hä? Wo sehe ich denn meine Figur? Achso, da. Ne, warte mal, wenn ich jetzt hier zurückgehe. Gerade aus. Das geht nicht, oder was? Ach doch, die Tür ist ja offen. Perfekt, dann hier lang. Mal alles absuchen. Wenn ich es richtig denke, müsste es ja dann hier jetzt zur Leichenhalle runtergehen. Das ist nämlich auch das Einzige, wo wir vorhin noch nicht unten waren. Und ich bräuchte halt echt mal Muni. Ist ein bisschen nervig. Gespeichert? Äh. Ja, so indirekt. Achso, lol. Kommen wir eh nicht rein. There is no way. Jetzt habe ich den Dietrich halt da benutzt schon. Jetzt kann ich den hier wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Hast du deswegen gefragt, wegen gespeichert? Da geht's nur nach oben. Okay, die Minimap, die tut aber eigentlich schon ihren Dienst. Also diese Viecher hier, da habe ich gerade, bei dem Dreien, da habe ich gerade richtig, richtig, richtig krass. Und ich muss mal nur mit verraten. Ja, und die Tür hier ist halt auch zu... Scheiße. Deswegen hast du gefragt, wegen speichern, ne? Ist ja bestimmt ja kein Dietrich. Achso. Okay, ja gut. Dann weiß ich aber jetzt, als ich gesagt, trotzdem nicht mehr genau was machen soll. Dann gehe ich nochmal zurück in den Brandraum und denke nochmal ein bisschen über das Rätsel nach. Ja, irgendwas. Dann kann ich mit dem Boiler was machen. Haben die vielleicht mit dem... Ist halt auch nichts zu machen. Irgendwie blinkt auch nichts auf. Hallo, Cremelo. Hm. Hm. Interessant. Nicht. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Das ist die Werkstatt, das ist zu hoch. Das ist doch hier. Der Raum, ne? Ja. Dreimal A. Gibt's einen Namen mit zwei As? Mit drei As? Lara hat immerhin schon mal zwei drin. William. Dreimal A. Oder was ist denn sonst noch mit der 3A gemeint? Dritte Stelle in A. S, H, A. Das könnte passen. Nee. Schade. Falsch gedacht. Kann ich das Rätsel denn schon lösen oder kann ich das mal nicht lösen? Du hast alles, was du brauchst, um die Flinte zu finden. Ich hätte gerne den Besen hier. Dann könnte ich die Flinte ja auch rausnehmen. Kannst du lösen. Ich hoffe, wir sind mal mit der Lara. Lara. Also, Lara hat ein A. Der Crack hat ein A. Der hat es auch an dritter Stelle, interessanterweise. Das ist bestimmt einfach nur die Reihenfolge, wie du die Dinger öffnest. Das ist bestimmt einfach nur die Reihenfolge, wie du die Dinger öffnest. 3A muss ja nicht heißen, dass die 3A in einem Namen verkommt. Das meine ich ja. Es kann halt auch einfach sein, dass du sagen musst, Sean, William, Lara. Und dann geht's schon. Es kann aber auch sein, dass einer der A's schon der Travis ist. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir fangen jetzt mal an mit... mit Sean. mit der Hand. Schloss. Toll. Das ist, was sie Master meint. Was ist das denn für eine Tamara? Oh. Seriously. Oh mein Gott. Ah, come on. Ich wusste es. Ich hätte so ein Stück Scheiße. Ich wusste es ganz genau. Du bist eklig. Du hältst auf... Ex... Wieso halten die jetzt so viele Augen, sag mal? Jetzt habe ich keine Wunde mehr. Na, klasse. Ist das ein stärkerer gewesen? Sehr genial. Schlüssel für den Zerlegungsraum. Bin mir nicht sicher, ob ich in den Zerlegungsraum schon rein will, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass ich das nicht möchte. Nicht jetzt. Oder? Ohne... Schavi sagte, von wegen hier Flinte können wir holen. Dann holen wir vielleicht doch erst mal die Flinte. Ich habe das Gefühl, dieses eine Vieh war gerade stärker. Weil der hat ja richtig den Damage gefuttert. So, hier rechts erst mal Safe Room. Fuck, was gehört denn hier?